Hallo, hier ist Harald vom Market Press Team. In diesem Video Tutorial geht es um das German Market Add-on EU Mehrwertsteuer. Die Verwaltung der Add-ons findet sich nach dem Aufruf von German Market im Reiter Add-ons. Nach der Aktivierung des Add-ons EU Mehrwertsteuer erscheint auf der linken Seite der neue Menüpunkt EU Mehrwertsteuer. Nach dem Aufruf dieses Menüpunktes sind drei kleine Reiter zu sehen. Allgemein EU Steuersätze importieren und verallgemeinerte Steuerausgabe. Preise fixieren im Reiter Allgemein bedeutet, dass bei Aktivierung sich die Bruttopreise nicht verändern, auch wenn der Steuersatz im Shop wechselt. Dir stehen hier unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Bei Deaktivieren bleibt die Funktion Preise fixieren deaktiviert, sodass sich wechselnde Steuersätze auch auf die Bruttopreise auswirken. Über die unteren drei Optionen nur für herunterladbare Produkte innerhalb der EU, für alle Produkte in der EU und für alle Produkte kannst du dann die Funktion aktivieren. Eine Beschreibung der Optionen Aktivieren für alle Produkte und Aktivieren für alle Produkte für EU-Länder zeigt mit kleinen Beispielen die Auswirkungen der Optionen bei der Preisberechnung im Shop. Für ein kleines Beispiel wähle ich Aktivieren für alle Produkte für EU-Länder aus. In den WooCommerce-Einstellungen im Reiter Mehrwertsteuer ist Steuerberechnen basierend auf die Lieferadresse des Kunden aktiviert. In der Tabelle sind die Steuern der jeweiligen Länder hinterlegt. Legt dann ein Kunde ein Produkt in den Warenkorb und wechselt die Adresse, wie hier zum Beispiel nach Österreich, mit 20% Mehrwertsteuer, dann verändert sich normalerweise der Preis. Nach Aktivierung der Preisfixierung bleibt der Preis für den Kunden gleich, auch nach Veränderung der Mehrwertsteuer. Die Preisfixierung im Bruttopreis führt allerdings für den Verkäufer zu Schwankungen im Nettopreis, da der Nettopreis die jeweiligen Preisschwankungen ausgleicht. Über den Reiter EU-Steuersätze importieren kannst du automatisch EU-Steuersätze in deine Steuertabellen in WooCommerce importieren. Für die Aktualität und Vollständigkeit der Steuersätze kann leider keine Haftung übernommen werden und generell solltest du alle Steuereinstellungen mit einem Experten besprechen und die Umsetzung im Shop später auch durch Testkäufe kontrollieren. Vor dem Import der Steuersätze bitte hier nochmals den Hinweistext durchlesen und allgemein würde ich immer empfehlen, vor Anpassungen im Shop ein Backup durchzuführen. Über den Reiter WooCommerce Steuerklasse sind nun alle Steuerklassen aufgelistet, die in den WooCommerce Einstellungen im Reiter Mehrwertsteuer angelegt sind. Sollte also zum Beispiel die Steuerklasse für digitale Produkte fehlen, so wurde diese in den WooCommerce Einstellungen nicht angelegt. Die Vorgehensweise ist nun ganz einfach, als erstes wird die Steuerklasse, also die angelegte Steuertabelle ausgewählt. Dann kannst du die Steuersätze auswählen, die in diese Steuertabelle eingespielt werden sollen. Zur Auswahl stehen hier die Standard-EU-Sätze, diese sind die Standard-Steuern der jeweiligen Länder, also zum Beispiel 19% für Deutschland und für Österreich 20%. Dann die reduzierten EU-Sätze, also zum Beispiel 7% für Deutschland und 10% für Österreich. Danach folgen die Standard-Steuersätze und die reduzierten Steuersätze aus Deutschland und Österreich. Das bedeutet, die jeweiligen Steuersätze aus Deutschland oder Österreich werden allen EU-Ländern zugeordnet, sodass alle EU-Länder den Steuersatz aus Deutschland oder Österreich erhalten. Wähle ich also hier die Standard-Steuerklasse aus und wähle als Steuersatz die Standard-Steuersätze, dann werden automatisch in der betreffenden Tabelle alle Steuersätze der jeweiligen Länder eingetragen. Sollten schon Steuersätze in der Tabelle hinterlegt sein, so lassen sich diese vor dem Import auch löschen. Hier als zweites Beispiel der Import des deutschen Steuersatzes für alle EU-Länder in die eben schon genutzte Steuerklasse Standard. Nun erhalten alle aufgelisteten EU-Länder die 19% Steuern aus Deutschland. So, ich denke, die Vorgehensweise sollte nachvollziehbar sein. Standardmäßig wird in German Market die Mehrwertsteuer im Shop mit dem Hinweis auf die Höhe der Steuer ausgegeben. Über die Option für allgemeinerte Steuerausgabe lässt sich der Hinweis auf die Höhe der Steuer deaktivieren und durch einen Hinweistext ersetzen. Den Hinweistext kannst du auch individuell anpassen. Bleibt diese Option deaktiviert, erscheint weiterhin ein Hinweis auf die Höhe der Steuer. Wird Aktivieren auf Produktebene ausgewählt, dann erscheint der Allgemeine Steuerausgabe auf der Produkt- und Kategorienebene. Im Warenkorb und im Kassenbereich wird die Steuer weiter ausgewiesen. Wird Aktivieren auf Produktebene und Warenkorb gewählt, dann erscheint die Berechnung der Steuer nur noch im Kassenbereich. Überall aktivieren bedeutet, dass überall im Shop und dann auch in den E-Mails nur der Texthinweis über die Steuer erscheint. Über das Feld Ausnahme für E-Mails lassen sich bei dieser Option E-Mails auswählen, bei denen dann weiterhin die Mehrwertsteuer ausgewiesen wird. Das Add-on EU-Mehrwertsteuer ergänzt also German Market und WooCommerce durch flexible Steueroptionen, die es ermöglichen, die unterschiedlichsten Steuervorgaben in WooCommerce umzusetzen. Bist Du an regelmäßigen Videotutorials über WooCommerce, dem Gutenberg-Editor oder Marketpress-Produkten interessiert, dann abonniere doch unseren Videokanal. Umfassende Informationen findest Du auch in unserem Blog auf marketpress.de. Bei Gefallen des Videos würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.